Die Schüler leben heute in einer digitalen Welt und der Elmo hilft mir, bewährte Materialien in einem neuen Licht zu zeigen. Und dabei ist es völlig egal, ob das jetzt ein Blatt ist, ein Buch oder ein dreidimensionales Objekt. Das alles lässt sich ganz einfach unter dieser Kamera zeigen. Die Arbeit mit dem Elmo ist unheimlich einfach. Er ist ganz schnell aufzubauen und sofort einsatzbereit. An den Elmo kann ich ganz schnell bestehende Gerätschaften anschließen, einen Beamer, eine digitale Tafel oder halt auch einen Bildschirm. Die Bedienung vom Elmo ist genauso einfach wie beim Overhead-Projektor, nur dass ich viel mehr Möglichkeiten habe. Mit dem Elmo habe ich zahlreiche Möglichkeiten, zu Hause meinen Unterricht vorzubereiten und dann halt zu präsentieren oder aber halt auch Experimente direkt vor Ort aufzunehmen und der Klasse später zur Verfügung zu stellen. Viele unserer Produkte wurden speziell für Schulen entwickelt. Die Bedürfnisse der Lehrer liegen uns natürlich besonders am Herzen. Wir haben weltweit das Feedback gesammelt und es in die Entwicklung einfließen lassen. Daraus ist dann zum Beispiel der flexible und trotzdem robuste Kameraarm entstanden. Den Kameraarm kann ich direkt in die richtige Position bringen und von hier aus gleich zoomen und scharf stellen. Und die Schüler, egal ob sie vorne sitzen oder hinten sitzen, sind voll konzentriert auf das, was hier vorne passiert. Durch den tollen Zoom kann ich kleine Dinge ganz groß zeigen und kann Wichtiges direkt in den Fokus schieben. Mit dem Elmo kann ich wunderbar bis in die letzte Reihe unterrichten. Jeder kann genau sehen, was ich gerade vorne mache. Die Bildqualität ist einfach gestochen scharf. Ich kann den Elmo auch wunderbar an einen Mikroskop anschließen, sodass die ganze Klasse halt mir auf dem Mikroskop folgen kann. Meine Schüler lieben den Elmo. Sie nutzen ihn intuitiv, sie binden ihn in ihrer eigenen Präsentation mit ein und das Ganze ohne extra PC. Die Bedienung ist kinderleicht und erklärt sich von selbst. Es war noch nie so einfach, zeitgemäßen Unterricht zu machen. Ich kann anfangen, so wie ich früher mit dem Overhead gearbeitet habe, kann dann zum Beispiel das Tablet dazunehmen oder auch den Rechner. Das heißt, ich kann Schritt für Schritt die Funktionen dazulernen. Dank der Anschlüsse und Erweiterungsmöglichkeiten ist der Elmo zukunftsfähig. Eins ist auf jeden Fall klar. Der Elmo macht das Unterrichten wirklich leichter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017